so ein wunderschönen guten morgen lebt und willkommen zu monsanto weiss ja werde ungefähr bis 8 morgen mal schauen Ah. Ja, ok. Ich kann die nächste Quest antreten. Ja, da hab ich direkt zwei. Meinst du? Mal sehen, 80% ob ich die bekomme. Ja, ok, schön. Noah. Ach ja. Astalos ist ja auch, ok. Ok. Interessant. Die Gemero ist falsch. Oder die könnten ein großes Fisch geben. Tun die nichts. Ja, klar. 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 Das war's für heute. So. Ah ok, noch bin ich schon auf Max. Außer jetzt auch, fehlt noch Lehmannsverteidigung. Ah ok, jetzt nur noch Leben. Was hab ich hier jetzt auch gleich? Ah, ich hätte Echse. Okay. Wieder nur schwereres Kuhn, ok. Wow. Oh. Ja. 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 ja dann brauche ich auch nicht mehr rüber gehen okay landung gefehlt ja rote krabber zuerst dann es sei denn die rote krabber verpisst sich jetzt plötzlich entschuldigung kommt mir da kommt er das wird ich gar nicht mehr ja ja und ich bin trotzdem runtergefahren wahnsinn ich bin eh wir behörden das das ja Ja. Ja. Wow, schon wieder. Boah, Müllbären ey, ohne Witz. Ja. 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 Wasser mit Abdanne kann ich hier nicht machen. Gibt's hier– 크ch? Wir haben nur zwei Stück. Ich habe ihn. Ach, der hatte ich hier vorne. Puppenspülle. Gibt's hier vorne, der hat okay. Dich kommen wir ja auch noch schnell mitnehmen. Ich brauche einen Elenschwanz. Gott, ey, würde er sich nicht so bewegen, ey. Wieso muss er unbedingt hier sein? Also, ja, und da wurde ich ja eigentlich hin, wegen dem Förderplatz. Und da wurde ich jetzt. Das war's für heute. oh god was kann ich hier mal zuschlagen danke god was ist das für eine behinderung es gibt es gibt es gibt Ich muss mir echt mal Rössfleisch mitnehmen Oh Null burn, sehr schön Wie dann, das bewegt sich noch, oder? Ist aber tot Gibt es hier nicht noch einen Förderplatz? Ne, nur eine Unikard, wie es aussieht Gibt es nicht jeden Tag, das war es gar nicht so gut ... ... ... ... ... So, ich brauche wieder Platz im Inventar Moment mal, hier ist auch ein Förderplatz Du bist im Weg Wieso rutscht das am Boden weg? Es wäre das Wasser hier so stark Wieso sind wir? ... ... ... ... ... ... Oh mein Gott! Geschafft! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh, Abstoß! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Genial! Ach so, das scheiße. so dann werde ich auf jeden fall auch noch mitnehmen so dann Dankeschön! Wir gehen jetzt! Das nächste Mal schmeiße ich hier eine Blitzkopf, oder? Wir gehen jetzt! 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 Das war's für heute. Du kommst jetzt noch nicht dran, ey. Gott, ich brauche Seike Flüsterer ohne Witz. WDR mediagroup GmbH im Kaffee hast du das ist auch nicht klein zu kriegen ja 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 geht wieder weiter ach du warte das so Was ist das? das große hier hinten Ach hier gab es einen Pilz, okay. Ich dachte, da wäre ein Förderplatz. Das war's für mich. Das war's für heute. Was? Der hat ja kein Leben, ey. Das ist der jetzt schon am Arsch, ey. Wahnsinn. Bis auf die Schwanzabtrennung. Das war einfach nicht möglich. Da ist auch kein neues Mütze reingekommen. Ich dachte, das war ein bisschen mehr Panzer gebrochen. Na, ein Zug gebrochen. Ja. Okay. So, damit ich leider nicht belogge. Trotz Widerstände auf was. Das war's. Finstere, düster Tuch. Ah, Dunkeltuch. Oh. 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 Das war's für heute. Seh nur... ok. Äh, ja. Die Sonne und Herr switchen ist so langsam echt ein Effekt. Danke, dass ich dich begleiten habe. Wüsste ich, ich hätte nicht gedacht, dass unsere nächstes Treffen zu dritt an der Jagd sein würde. Und endlich konnte ich deine Künste mal aus der Nähe betrachten. Minuto's Training hat sich wirklich ausgezahlt. Wir haben Minuto und ich Jäger gewonnen, wären wir 3 bestimmt unscharke Paar. Aber ich bin auch vollkommen damit zufrieden hier rumzusetzen, Quests zu verteilen und Dango zu essen. Ich würde sagen, weil ich schon hier bin, gehe ich in die Städte rein und mache die Ange-Ange-Ange-Ange-Quest von Vogeln. Da habe ich hier noch immer einen anderen. Hallo, Rundin. Alle, das ist Puck. Ja, heißes Katzengräu. Unendliche Wut. Sollte ganz noch ein wenig sein, Kaere. Beizeit da nicht! Vondin. Ist aber auch hier. Dann wird Kuschra das Nächste sein. Wie sollte ich ant部分 ich auf. качеolen Frag gehend auf, Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Oh ja, auch Labehöhlen Moment, ich hab zwei Quests auf den Labehöhlen Moment, ich hab zwei Quests auf den Labehöhlen Moment, ich hab zwei Quests auf den Labehöhlen Dann mache ich zuerst das. Dann muss ich jetzt auch nichts wünschen nach der Quest. Vom Gebet her. So habe ich das nicht genauer beobachtet mit dem Supererholungssanger. Aber ich nehme es halt nochmal. Und bekomme es natürlich. Kalter Wind. Base und Erraschung sind hier auch okay. Hä? Knochenpflanzen. Entschuldigung. Ja? Pflühe. Wie geht es? Das war's für heute. weil wir das ja viele material wissen hallo und das mit oder ist ja schon kuschala das wird leider auch keine hoffen ja 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 So, warum finde ich hier kein einziges Knochenhaufen? Leben und Auszeit bin ich schon voll Verteidigung fehlt noch ein bisschen Angriff wahrscheinlich auch mehr Ungefähr gleich Oh, da habe ich besser gehört War ich hier nicht den Knochenhaufen? Ja, ok Boah, Leben und Auszeit, davon bin ich schon voll Ja, ich bin ein Knochenhaufen Ja 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 War ich hier im Knochenhaufen? Nee Das ist ein Komora-Poto Was? Was? Ja Nein Das ist ein Komora-Poto Ja Nee Oh, es ist weggeflogen. Was ist hier rum? Von Kuschela. Ja, und nicht noch ein rotes Spiel. das da fehlt noch was angriff wahrscheinlich auch immer zu einem so denkst noch mal hoffen hier nehme ich mir auch noch mit boah das wird jetzt witziger ok ja 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk und wir haben das habe ich nicht gedrückt ich kann man dem schwanz nicht dran das ist irre wir sind 8 da oben mal spacer die 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 und also ja ohne wetzen wird war das schon zu trennen einfacher auch sehr schön wo habe ich das bitte getroffen so Vielen Dank. 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 Das musste jetzt passieren, oder? Oh, das war's. So, okay. 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 So, 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 okay. Oh, der ist... und was war das jetzt was ist gerade passierte naja ich sehe die heilung wahnsinn mann ey du bist so nerven wir kommen aber so hart auf die fresse dass ich das gar nicht mitbekomme wieder zum böse die kouche nach der die kuschel haben vor der nern amancen sind vertrabert an Das war's für heute. Ahja Deswegen konnte ich Ratschung nicht reiten Was ist der Pacífico? Was ist der Pacífico? Was ist der Pacífico? Wo bin ich da jetzt festgehangen? An seinen Füßen Du kannst mich mal Was ist der Pacífico? Was ist der Pacífico? Was ist der Pacífico? Nee, immer noch nicht Boah Jetzt wird das aber extrem lästiger Jetzt wird das aber extrem lästiger Was ist der Pacífico? 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 Ja, dann stibbern die Mägefassbomben Oder eine Ratschung Was ist der Pacífico? 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 Ja, dachte ich mir schon Oh, jetzt habe ich noch eine halbe Minute um einen Knoten auf uns zu finden So Ja, ich sollte das hoffentlich schaffen, ey Nee Witzig nicht ausgehen, ey Ach komm Ich hasse sowas, ey Wird gefühlt vier von fünf Nebenaufgaben in einer Quest schaffst Und bei der letzten fehlt dir nur eine einzige Sache, ey Da wo war ich schon, ey So nervig Ah, da Dumm gelaufen, fast eine halbe Stunde, voll kuscherler Wahnsinn Neue Neue Gehenkattentitel, okay Ja, ich brauche noch sehr viele Königsrisskugeln mehr Ja Ja, vier Nebenaufgaben und dann ist das mit dem Knochen auf Mein Wahnsinn Ah Jäger, danke, dass du meine Aufträge übernommen hast, mir wurde zugetragen, dass die Hände jetzt in Sicherheit sind Sie hatten essentielle Dango-Zutaten dabei, bestimmt ist unsere Hinua richtig erleichtert Da ich dich um Hilfe gebeten habe, habe ich deine Belohnung auch bisher nicht vorbereitet Ich hoffe, du kannst es gebrauchen Professor Z Habe ich nicht von Alor auch sowas bekommen? Aber man muss sich mir jetzt dann anschauen So, nach einer kurzen Pause Gleich wieder da Zur Halbzeit Oh Gott Oh Gott Oh Gott Oh Gott Untertitelung des ZDF, 2020 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 tut es nicht so jetzt was ist das denn oh interessant lol ok schwere ritter das ist ja mega schlecht speziell für dings oder naja für gewährland so eine energie klinger hat wie wenn vorher abklingt also 1 naja naja Ne Geert Rückfall Ja Ermüdung und Betäubung Okay Was ist das? Das ist alles Da fehlt doch was Das ist das Okay Ey bei Dschungel fehlen mir nur noch zwei Okay Zwei Notizen Wahnsinn Zitadelle auch noch Jetzt habe ich hier Dschungel Okay Das war's für heute. Ah, ja, gut. Oh, 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 ja, gut. Das war's für heute. Das war's für heute. das heißt leicht verdächtig aus hatte das ist hier rüber gewandert ok war ich hier schon mal also dann gab gab es kein relikt doch boah ja 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 Nein, okay, da geht es nicht weiter. Gott, genug herumgespielt. Das ist nur eine Nebelschnecke, okay. Das ist nur eine Nebel. Das ist nur eine Nebelschnecke. Das ist nur eine Nebelschnecke. Wieso bekomme ich hier nur eine Nebelschnecke? Das ist nur eine Nebelschnecke. 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 Oh mein Gott, ja. Das ist nur eine Nebelschnecke. 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 Das ist nur ein Nebelschnecke. Das ist nicht yourине. Das ist nur eine Nebelschnecke. Das ist ja geil. To us. Das war's für heute. Ja, da liegt ein Schwanz am Boden. Oh man. Oh man, da liegt ein Schwanz. Ja, da liegt ein Schwanz am Boden. Ja, da liegt ein Schwanz. Ja, da liegt ein Schwanz am Boden. 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 Das ist jetzt schon ein bisschen doof. Ja, da liegt ein Schwanz am Boden. 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 Ja. Ja, da liegt ein Schwanz am Boden. Ja, da liegt ein Schwanz am Boden. Oh mein Gott, ja. Junge, der Tussor wird hier herumgeschaut. ich schaue sie Man hat die Heidelung er. Was ist das? Tja, good bye. Oh mein Gott, das hat überhaupt keine Schulden gemacht. Jetzt bin ich ein bisschen enttäuscht, aber gut, der konnte jetzt auch nicht mehr viel machen. Das hat er ausdrammen. Kontext. Ja, ja, Ruhlung konnte ich hier gerade irgendwie nichts machen. 4, 6, ja. Das ist der Wahnsinn, ey. Das ist der Wahnsinn. 4, 5, 5, 5, 5, 5, 3 mal. Ne Peitsche. Ja. Ah, nein, ich finde ich nix das können. Und ein Gohle. Hardhorn. 21 Minuten, okay. Nein, Till, okay. Okay, man schaut noch Pizzle, aber Höhenmann da ist. 2 Quests. 2 Quests. Oh. Frostinsen. Ach komm. Das ist doch beschert. Hast Du kalt. Und auf zum nächsten. Okay. Entschuldigung. I don't want to know. Zwei wütende Kätzchen zogen in den Auberhilfe durcheinander. Okay. Zeig. Zwei wütende Kätzchen zogen. Zwei wütende Katschek zeig. Zwei wütende Kätzchen zogen. Zwei wütende Kätzchen zogen. ... 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 Das war's für heute. Ja, so gesehen könnte ich auch von der Feuernutzung kommen. Aber die haben irgendwie meistens schwarz oder graue Haare. Warum auch immer. Äh, so. Ja. 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 Okay. Ach, Mann. Was? Nee. Das wollte ich nicht. Boah, eh, immer dasselbe. Und noch etwas anderes Kontorberg, da habe ich noch gar nichts. Daraus auch noch nicht. Ah, je, je, je. Monster sind's. Ah, doch, ich hatte irgendwo mal eine aufgesammert. Ich habe mich noch nicht. Oh, ich habe nicht. Oh, ich habe einen Schweren. Okay. Ich habe einen Schweren. Ich habe einen Schweren. Ich habe einen Schweren. Ich habe einen Schweren. Uh-huh. Where did he go? Das ist ein Schlammkäfer, okay. Er klettert da hoch, ey. Das ist ein Schlammkäfer, schön. ja da kann ich nicht darunter vor ja So, da wird sich Arnig hoch. Ah, Tarots. Angriffe sind wir noch. Okay. Freie Mahlzeit, naja, freie Mahlzeit ist ja schon nochmal. Nicht. So, ich saff dann Arnig mal ins Lager zurück. Ähm, ja. Platz für neue Objekte machen. Boah, das sieht ja gigantisch aus. Okay, der redet ziemlich viel, was ich nicht verstehe, aber gut. Okay, jetzt wird es Zeit zum Jagen. Sind hier schon wieder 10 Minuten um. Okay. So, ich so k už dieinha und habe hier fröhlich gebraucht. Untertitelung des ZDF, 2020 war das der felsen oder so wird euch die erste dachte ich etwas anderes gesehen ja vermutlich hier bin ich jetzt ja 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 und das war ein fehler von mir nur weil ich mit rein weiter what the hell naja ok das richtige monster bleibt ja 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 hat er das problem ok ja 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 fehlt mir jetzt noch was bei angriff ich hab das auch schon und schon ernsthaft jetzt hier von denen noch ja 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 rein für die förderplätze und hier ist noch eine redakte ok interessant komme ich hier auch noch weiter ja 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 das ist ein expressions widerstand aha ein schlanzer schnapp ok Ah ok, da habe ich es. Oh my god. Nope. Wow. Ach, da kann man nichts halten. 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 Ach, schrei mir dann. Gott, ey. Kann man einfach nicht so einen Schweif ran, ey. Ach, da kann man nichts halten. 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 Ach, komm. So. So schauen wir uns das ab. So. 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 Fede, Polo? hallo ne die flasche oh da lag auch was rum oder schon ein bisschen dicker zu sagen aber ich kann größer da 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Und ich dachte schon wieder heim. Ah, ich dachte, das ging in meiner Richtung. Wo klitschig du, ey. Wahnsinn. Okay. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Eieieiei Gut Super Erholungssanga Warte Ja Ja Lachst uns nix mehr rum Oh falsche Richtung Warte 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 Okay Läuft wieder auf die 14 Warte 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 Ich hab die Schatzpiste immer noch Okay, der wird draufgehen, Alter, wirst du, wirst fahren, nein Das war nicht das größte, Magno, Magno, okay Scheiß offen Ich bin gleich mit dem Roller Ich hab die Schatzpiste, was ich schon hier Ich habe die Schatzpiste, wie ohne Station gut Ich habe die die Schatzpiste, die ich so richtig gut Ich bin eher derart, was ich nicht für die Schatzpiste Ich habe die Schatzpiste, was ich nur ein anderes Ich mache meine Schatzpiste, wie ich so richtig so dann war es nur noch der tonnige radschein oh cool ne magna kugel was drei cortex für den fang das hat sich ja ultra gelohnt hat circa gedauert das ist ein katzenklo das heißt so gefällt mir das das war gut aber da draußen frischlinge ich kann nicht oft genug betonen was für ein feiner kameraiger du bist ich sag's dir frischlinge ich fühle mich lebendig erinnert mich an die alten zeiten mit heim und toge obwohl ich die glorreichen zeiten gerne wieder aufleben lassen weil da kann ich kamera nicht führungslust lassen aber lass dich davon nicht abhalten mich einzuladen ich freue mich schon auf unsere nächste jagt ah ja cool becher der freundschaft die nächste trofäe frage gestellt moment sind das jetzt alle ja 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 da bin ich in der freundschaft für das vertiefen der bande mit vielen anhängern steckte freundschaft okay cool gab es hier noch was ich gehe zu dem markplatz jetzt kommt huben immer mal Das war mal was, oder? Hat richtig Spaß gemacht. Ich bin froh, dass Kadir das auf dich ziehen kann, wenn du losschlagen möchtest. Er macht alles nach Fortschrift. Daher wird er nie den Ohr normalen Persönlichkeit verbinden, nicht wahr? Aber da du kein Mitglied bist, kann er dich einfach so in Anspruch nehmen. Deiner Zeit wird er nicht verschwinden. Er wird sicherstellen, dass du fürstlich belohnt wirst. Hör also, dass du seiner Bitte nächstes Mal nachkommst. Okay, bitte ich jetzt durch? Moment. Ist das die letzte dann? Auf in die Jaggerunde. Hast du vielleicht Zeit? Ich habe ja eine Nachricht für Kamorra. Wir stehen in deiner Schrift von der Hilfe bis zur Handwerkskunst des Volkes. Als Kommandant diesen Außenposten würde ich mich gerne auch persönlich beim ältesten Vogel bedanken. Er soll stark und leidenschaftlich sein. Aber anstatt um einen Tisch zu versammeln, würde ich lieber wieder jagen gehen. Und zwar auch mit dir. Weil sie mir schon nur meine Nachricht überbracht habe. Die Details sind da. Nimm dich fest an, wenn du Lust hast. Oh, Wahrejäger. Interessant. Ein Magnumalo wurde gesichtet. Das sicherlichste Sinn wäre unter dem Magnumalo, den du einst besiegt hast. Warum erscheint er jetzt? Warum erscheint er jetzt? Vielleicht verstehe ich was hier nicht. Aber könnte es eine Verbindung zwischen Hermann und dem Magnumalo geben? Er war mit geballten Fäusten süßig erregt, als wir Kamorra über die Entdeckung eröffnet haben. Dazu die Wortmeldung seines Enkels. Bitte, ich sorge mich um meinen Großvater. Eben ist etwas wegen dem Magnumalo-Unternehmen, bevor er loszieht und verletzt wird. Wenn es darum geht, den Leuten von Kamorra zu helfen, an wen könnten wir uns da wenden. Wenn nicht, an dich. Du weißt, was du tun musst. Tu es. Oh ja. Ich fühle mich so. Wofür mich hingehen. Du weißt, was denn so. Zitadelle Labehörn. Oh, das gibt ja mehr echte Gelder. Römmiger und der berühmte Heldfug. Oh Gott ey, warum zu hell muss ich jetzt den ganzen Tag gehen? Ich weiß auch nicht. Ähm. Ja. Also nehme ich auf jeden Fall einen Zecken. Ja. Trauerwesen. Bei der halbe dreimal. Ach, ja. Werde ich wahrscheinlich nicht ganz hinbekommen. Fange einmal und so. Ja, sorry. Ich stört mich selbst, als ich es müssen. Aber ich sollte dann doch was anderes machen jetzt. Was, was wollte ich denn schauen ey. Was war denn ein Panther für mich da? Was war denn? Was war denn? Was war denn? Was war denn? Oh Mann. Ein Klingepanzer. Moment, ich kette. Da fehlt mir eine Belobigung. Ja, ja. Scheiß drauf, komm. Ich werde das später fortsetzen. Womit ich dann erst am Nachmittag wieder ankommen. Äh, hier. Oh, hey. Ja, ihr hört selbst, ey. Ich schaff fast ein. Oder gehen die ganze Zeit nur für mich hin, das ist schon nervt. Ich muss was anderes tun, damit ich wieder am Anfang werde. Und außerdem hau ich. Muss ich jetzt dann eh noch was machen. Von daher mochte ich das jetzt schon aus. Ich meinte ja bis auf die Uhr, aber... Jetzt noch was war zufolge, nee. Dass ich jetzt so... So gegen eins bin ich dann wieder da. Ungefähr. Ein, zwei Uhr, mal schauen. Während es sogar... Nee. Früher nicht. Ungefähr so... Um eins. Wo ich das dann... Denke ich mal erst mal abschließen werde. Ob dann irgendwann ganz am Ende noch was dazukommt, weiß ich nicht. Aber... Ja. Ich werde den Stream jetzt wenden und bin wahrscheinlich später dann wieder online. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. So gegen drei.